Bitte, schau dir die Warnflieger an. Ich muss irgendwann noch mal Erstellung zu irgendwas nehmen. Ich muss irgendwann mal sagen, nein, ich bin da dafür und jetzt muss ich auch ganz konkret was tun. Weil wenn die Benzinpreise steigen, dann sind sie auch dabei, wenn irgendeiner ein Autodemo organisiert und sie fahren unten durch irgendwelche Großstädte oder an Tankstellen vorbei. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn 80.000 anonyme Briefe gekommen wären, wo drinnen steht, der Pechstein ist ein Arschloch. Keiner hätte sich outen müssen in dem Sinn. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich hab dich ganz anständig gefragt um ein bisschen mehr Freiheit. Ich hab dich ganz anständig gefragt um ein bisschen mehr Respekt. Ich spür neu bei deinen Fingern in meinem Arschloch und ich werde es nie vergessen, bis ich irgendwann verrückt. Ich spür neu bei deinen Fingern an meinem Schwanz. Ich spür die Angst in mir. Ich spür die Angst, dass es heute passiert und dass ich nicht mehr davon drehen weiß, dass ich von irgendjemandem davonläufe, weil ich nicht heimgehen kann, weil, 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 weil man nichts mehr gehört. Ich sag mal, das ist einfach so. Ich werde es immer wieder probieren mit Jüngeren. Ich werde es immer wieder probieren. Ich meine, ich geh wahrscheinlich mit 60 Jahren auf die Bühne und dann sind die Leute da drin immer noch 15 oder 20 oder 25. Und ich hab die Hoffnung, dass irgendwann einmal eine Generation kommt, die sich nicht unterkriegen lässt.